Efeu Efeu wuchert gern Bär alte Gemü und steht sinnbildlich Fr das Ewige. Manche Haar-User oder auch B-Umme sind Bär und Bär mit Efeu bewachsen. In der Heilkunde war der Efeu hier eine sehr wichtige und beliebte Heilpflanze. Heute hingegen spielt der Efeu nur noch eine Nebenrolle in der Naturheilkunde. In starker Dosierung ist der Efeu giftig. Das mag ein Hauptgrund sein, warum er heute eher selten eingesetzt wird. Urserlich als Umschlag oder Packung angewendet, kann der Efeu seine K-Afte jedoch ungefällig entfalten. Heilwirkung Bronchitis, Geschwür, Gicht, Keuchhusten, Menstruationsregelnd, Rheuma, Schmerzen, Schweißtreibend, Fiebersenkend, Wunden, Zellulitis. Wissenschaftlicher Name Hederahelix Pflanzenfamilie Aralienilxe, Araliassee Englischer Name Ivy Volksmilichnamen Immergen, Wintergen, Mauerpfau, Baumtut Verwendete Pflanzenteile B-Elte, Blüten Inhaltsstoffe Saponine, Helixin, Hederin Sammelzeit Mai, August Efeu Efeu Nur die B-Elte und in gerimmgem Maße auch die Blüten des Efeu-Öfen verwendet werden. Die Schwarzen Beeren sind Fr-Menschen giftig. Innerlich Bei der innerlichen Einnahme von Efeu muss man vorsichtig sein und ihn nicht zu stark und zu lange anwenden. Aufgrund seiner starken Kf-Tä, wirkt er als T jedoch recht aus G-G-T. Als Bestandteil von Misch-Tä ist der Efeu weniger heikel, weil seine Dosierung dann niedriger ist. Er findet sich häufig in Brunschial-Tä. Userlich Userlich kann man den Efeu unbedenklich anwenden. Gegen Sälieleid, Wunden, Geschwur und Schmerzen eignete sich in Form von Kompressen, Breiomschelgen und B-Dern. Auch als Lauszug oder Salbe kann man den Efeu verwenden. Pflanzenbeschreibung Efeu mitblenden das Typische am Efeu ist seine rankende Eigenschaft. R-W-C-H-S-T an H-Usern hoch und auch an B-O-Men. Wenn er keine M-Absatzzeichen-Gleichheit zum Hochwachsen findet, dann kriegt er auch B-R große Strecken auf dem Boden. Solange er jung ist, W-C-H-S-T-Efeu eher langsam, doch wenn er erstmal Fuß gefasst hat, kann er riesige A-R-E-L bewuchern. Die B-Älde des jüngeren Efeu sind drei bis fünffach gelappt. Wenn er mindestens acht Jahre alt ist und sich an einer Stelle wohl F-H-L-T, wachsen ihm B-Älde in Birnenform, deren Stängel sich nicht festhaften, sondern frei in die Luft stehen. An diesen freistehenden Trieben bilden sich MS-B-Sommer-Q-Gelf-Absatzzeichen im Ägypten. Im Laufe des Winters werden daraus schwarze Beeren, die FR-Menschen gefitt sind, den V-Absatzzeichen-Gen aber schmecken. Die B-Älde des Winters